Herzlich willkommen! Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute diesen exklusiven Geburtstagsartikel, die analoge Wandbahnhofsuhr mit schleichendem Quarzuhrwerk von St. Leonard. Genießen Sie angenehme Ruhe. Dank des schleichenden Quarzuhrwerks wirken keine mechanischen Kräfte auf die Zeiger. Sie drehen sich dadurch absolut geräuschlos. Ihre neue Wanduhr ist überall ein schicker Hingucker. Die beinahe lautlose Uhr ist ideal für Ihr Schlaf- und Wohnzimmer sowie für das Büro. Zudem macht das klassische, zeitlose Bahnhofsuhrendesign an jeder Wand eine gute Figur. Das aufgeräumte und großzügige Ziffernblatt ermöglicht leichtes Ablesen der Uhr und Sie erkennen die Uhrzeit auch aus der Entfernung gut. So wissen Sie immer auf die Sekunde genau, wie spät es ist. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch auf Pearl TV. Sie empfangen uns über Satellit, in vielen deutschen Kabelnetzen und im Internet unter www.pearl.tv. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann klicken Sie doch jetzt hier unten auf Abonnieren.